Ich habe von Anfang an eigentlich nur den klaren Plan gehabt, ich möchte nicht so was machen, wo die Leute alle an derselben Stelle lachen, weil das ist ja für mich selber auch langweilig. Also versuche ich was zu machen, wo manche lachen einfach, weil gerade, dass sie besonders trifft oder berührt, andere gar nicht, wo manche lachen und der daneben oder die daneben, die denken sich, das ist ja völlig unpassend, wo man lacht und weiß nicht genau, passt das jetzt? Also so Dinge, also diese Art von Reaktionen, die machen mir selber ja auch Spaß, wenn ich auf der Bühne bin, weil es dadurch jeden Abend doch ein bisschen anders ist.